So, jetzt will ich mal wissen, was da drinne ist. Oh, was freigeschalten? Ja, ich geht. Genau, das hätte jetzt ich auch gesagt. Ich finde die Kanalisation. Lecker. Da würde ich das nicht trinken. Okay. Hey, der tritt mich. Was soll das denn? Hm? Gibt's doch nicht. Die schlagen einfach eine harmlose Ziege. Ja. Aua. Ja. Soll die bis sieben oder wie? Ja. Geht's mit der Gassi. Komm mit. Komm mit. Ich werde dich ins Wasser tunken. Die hauen mich. Was wollt ihr? Geh weg. Geh weg. Autsch. Autsch. Guck mal, ich hab da einen Freund. Ich beiß den in den Arsch. Ich dachte mir, man kann keinen keinen töten. Bewusst los schlagen. Die zu mir ist so lang. Geht sogar durch die Wand. Aua. So. Und jetzt? Aua. 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 Geht's ja noch irgendwas. Mülleimer. Aua. 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 Komm. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Mit dem Roboter. Na komm her. Oh. Ich krieg immer die... Ich krieg immer die Frau. Jetzt weg. Ja. Jetzt hab ich ihn. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm, Mama. Schubkammer rennen. Yay. Boi. Oh. Bullen reiten. Was ist das? Hä? Hä? Ich kann das essen? Cool. Ich kann fressen. Boi. Öp. Was hab ich denn jetzt angestellt? Aua. Wieso reitet jetzt ein Mensch auf mir? Geh runter von mir. Bin doch kein Bulle. Meine Ziege. Ich krieg den nicht runter von mir. Runder von mir. Ich mach alles kaputt. Ey. Rollercoaster. Ich kann da hoch. Wieso krabbelt der da hoch? Nein. Ich will da rein. Was ist das denn? Wieder ein Minigame. Oh. Das können die auch. Oh. Irgendwie ging das. Mal erst mal gucken, wie das nochmal ging. Hui. Das ist brutal schwer, das Spiel. Nein. Aber mein Kirito-Demps-Games waren unglaublich schwer, finde ich. Das können die auch nicht. Nicht so einfach. Mal gucken, was es noch so gibt. Da ist einer, der spielt. Gehst du mal weg. Das ist mein Automat. Boing. Oh, Schlange. Snake. Oh, geil. Boing. Ach ja. Das war der Snake mit der Wand. Mal erst mal gucken. Ja. Gibt ja zwei verschiedene Snakes. Oder drei. Manche gibt's. Mal gucken. Manche haben gar keine Rand. Und der hat einen Rand. Aber dass man hier zwei Sachen essen kann, kenne ich auch nicht immer. So. Oh. Okay, das ist die, wo der Bildschirm größer wird. Oder die Karte. Lassen wir mal. Hm. Friss, friss die rote Steinchen. Punkte. Ach, ich geh immer da kaputt. Ach, ich geh immer da kaputt. So, was haben wir da noch? Box, Pusher, Pasha. Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Okay. Ah, das ist so ein Rätselspiel. Warte. Wenn ich mir jetzt noch täusse. Genau. Und das Weiß ist die Türe. So. Jetzt gehen wir mal in die Hüpfburg. Yay. Ich liebe Hüpfburg. Hüpfburg. Bin die erste Züge, die am Nehüpfburg im Herd dackelt. Boing. Wie hoch kann man eigentlich springen oder nicht? Aua. Au, ich hab mir den Kopf angehauen. Hm. Wenn das Timing jetzt passt. Muss man mal gucken. Ja, hat geklappt. Ich fahre Achterbahn. Ich fahre Achterbahn. Oh. Schau, dass man da nicht richtig mitfahren kann. So. Jetzt fangen wir nochmal eine Runde mit. Irgendwie ist die schon groß durch die Ziege. Oh, ich bleib länger drin. Jetzt hat es mich rauskauen. Wo geh ich denn hin?